Es war auch oft der Fall, dass irgendwas in den Zeitungen stand und ich am Morgen dann von meinem Bruder oder von irgendeinem Freund eine SMS bekommen hatte und die gefragt haben, ist da was dran oder stimmt das? Wovon ich aber selber noch nichts wusste in dem Moment. Heute treffe ich jemanden, der in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Patrick Herrmann. Hier bei Borussia Mönchengladbach feierte er sein Debüt im Profikader. Nur wie es jetzt weitergeht, weiß keiner. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus und da will ich doch mal eine Antwort von ihm haben. Wie geht's weiter? Und natürlich sind auch eure Community-Fragen mit dabei. Lasst uns keine Zeit verlieren, los geht's. Was macht die Borussia so besonders? Ich bin jetzt seit elf Jahren im Sommer hier. Ich bin damals in die A-Jugend hier gekommen. Ich kannte den Klub mehr oder weniger eigentlich nur aus dem Fernsehen. Ich bin ja aus dem Saarland hierher gezogen und über die zehn Jahre entwickelt man eine Verbindung zum Klub. Also der Klub ist irgendwie dann im Herzen drin, sag ich jetzt mal. Die Fans sind irgendwie mit dabei gewesen über die Jahre, was man alles erlebt hat, ob es jetzt die Relegation war damals. Dann Champions-League, Europapokal, Nächte in Florenz. Das schweißt irgendwie zusammen. Das sind so Sachen, die wird man nie im Leben vergessen. Und gerade halt die Tradition, die bei Borussia ist über Jahre hinweg, das macht den Klub eigentlich zu dem, was er heute ist. Seit knapp elf Jahren bist du da. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja im heutigen Fußball gar nicht mehr alltäglich. Das ist fast undenkbar eigentlich mittlerweile im Fußball-Business. Es geht momentan oder im Fußball geht es immer schnell. Also ein Spieler kommt, geht. Ich kenne es ja jetzt aus der Kabine zum Beispiel. Also wenn ich daran denke, wer vor elf Jahren da gesessen hat, da ist nur noch Toni Janschke. Der Rest wurde einfach doppelt und dreifach ausgetauscht. Und ich sage mal, es ist momentan eigentlich so das Fußball-Zeitalter, wo es relativ schnell geht, wo ein Spieler mal kommt, zwei Jahre, dann wieder weg ist. Aber es ist eigentlich schade, wenn man ehrlich ist. Man merkt ja jetzt hier schon, du bist sehr routiniert, was Interviews angeht. Du hast wahrscheinlich schon tausend Interviews geführt. Tausend war es nicht, aber es waren schon ein paar mehr auf den zwei mittlerweile. Welche Frage wurde dir denn so oft gestellt, die ich heute auf gar keinen Fall stellen sollte? Wo kann es noch hingehen, die Saison sozusagen? Oder wie wird die Saison oder wo Land war am Ende? Das ist eine Frage, die kann man als Spieler eigentlich nicht mehr hören, weil man weiß es einfach nicht. Also das Fußball-Business ist so schnell. Man gewinnt mal zwei Spiele, dann ist man oben auf. Dann verliert man wieder drei Spiele, dann ist man schon fast wieder abgestiegen, jetzt mal übertrieben gesagt. Und dieses ganze Prognostizieren und sowas, das mag ich nicht so. Also wie gesagt, jedes Spiel ist auch wieder einzeln. Das muss man für einzeln betrachten. Und wie gesagt, wo kann es hingehen und so weiter und so fort. Das mag ich nicht so gern. Dann drehe ich mal die Frage um. Welche Frage wurde dir denn noch überhaupt nicht gestellt, die du unbedingt mal beantworten wollen würdest? Boah, das ist schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also es wird natürlich immer viel gefragt. Also meistens, wie gesagt, sind es einfach Fußballfragen, die gestellt werden. Und ja, die privaten Fragen sind irgendwie ein bisschen weniger, aber es ist auch völlig normal. Ich bin ja Fußballer. Gut, was so altprivat ist, was man zwar mit dem Fußball verbinden könnte, aber nicht unbedingt mit dem auf dem Platz, ist ja die Kabine. Du hast viele Kollegen, du sprichst sehr viel mit denen, machst auch wahrscheinlich den einen oder anderen Spaß, hast auch einen Spätznamen bekommen. Gehört dazu ab und zu. Sag mal, was haben sie dir mal für einen Streich gespielt, den du nicht vergessen hast? Streich gespielt. Ja, wir haben ja unten, wenn wir in die Kabine reinkommen, sozusagen immer so einen Zahlencode, wo wir eingeben müssen. Und wenn man halt zusammen reinkommt oder drei Leute hinter einem sind, dann gibt man den Code ein und lässt die Leute dann noch rein, sozusagen hinter sich. Damals auch Spaß habe ich dann mal. Das war, glaube ich, Roman Neustädter, Marco Reus und ich glaube, Dante war noch dabei und so. Da bin ich als junger Spieler halt reingegangen, habe die Tür hinter mir zugeknallt, sozusagen so, um es ein bisschen zu ärgern. Und ja, ich wusste natürlich, dass es eine Reaktion gibt. Dass sie heftig ausfällt, war nicht so geplant. Was haben sie gemacht? Sind dann direkt reingestürzt, haben mich gegriffen und dann ins Eisbecken geschmissen mit ganzer Montur, die ich anhatte, mit Schuhen, Klamotten und sowas. Und das ist ziemlich kalt. Also das ist echt kalt, wirklich. Ja, das wird mir, glaube ich, nie aus dem Kopf rausgehen. Ja, als junger Spieler hat man es dann doch ein bisschen schwieriger. Das ist das Ding, ja. Besonders, wenn man dann noch ein bisschen frech ist, dann kommt sowas natürlich zustande. Wie krass ist eigentlich die Hierarchie im Team? Ich finde, es ist nicht mehr so, wie es früher mal war, als ich hochgekommen bin. Als ich halt der junge Spieler noch war, musste man eigentlich alles machen. Also, ich sage mal, jetzt die Bälle tragen, müssen die jungen Spieler heute auch noch, aber es war irgendwie, der Ton war rauer auf jeden Fall, wenn man vielleicht dann mal was vergessen hatte oder sonst was. Dann hat man natürlich von den älteren Spielern direkt mal einen draufbekommen. War auch okay so. Ich finde das völlig richtig so. Natürlich hat man eine gewisse Hierarchie immer noch mit älteren Spielern oder wo ich jetzt langsam auch schon dazugehöre. Aber es ist irgendwie ein bisschen lockerer, der Umgang geworden, habe ich das Gefühl, ja. Ja gut, aber älterer Spieler, du bist doch auch gerade erst 28. Ja, aber wenn ich so sehe, dass wir auch Spieler haben, die 20 sind und so, dann fühlt man sich doch schon ein bisschen älter. Acht Jahre ist doch schon eine Hausnummer, dann Unterschiede. Wie ist es in der Nationalmannschaft? Also kurz zur Erklärung, du hast ja 2013 mal schnuppern dürfen. 2015 hast du dann dein Debüt gefeiert auf dem Platz. Gleich das erste Spiel gegen die USA, Mahne-Tor-Vorlage geliefert. Ist da die Hierarchie genauso schlimm oder wie muss ich es mir da vorstellen? Schlimm ist es nicht, aber es ist natürlich Hierarchie. Wenn dann, ich sage mal, damals war es ein Bastian Schweinsteiger oder ein Mahne-Neuer auf einmal vor einem steht, dann hat man natürlich auch einen gewissen Respekt. Das ist ja auch völlig richtig so und gehört im Fußball einfach auch dazu, dass man vor so wertvollen Spielern oder die, die viel erreicht haben, auch erstmal Respekt hat. Und ja, so war das in der Nationalmannschaft eigentlich genauso. So, du wurdest nominiert und da stellt sich natürlich die Frage, hey, wie läuft das eigentlich ab? Du bekommst wahrscheinlich einen Anruf. Bring uns doch mal diesen kleinen Insight. Damals war es ein bisschen anders. Also normalerweise hast du recht, wenn wir die Nominierung oder kurz vor der Nominierung bekommt man einen Anruf. Damals haben wir, noch nach der Saison war das gewesen, haben wir noch so eine Reise gemacht, wo wir verschiedene Freundschaftsspiele hatten in Deutschland und da waren wir halt mit der Mannschaft unterwegs. Und ich weiß noch ganz genau, auf einmal stand der Trainer, das ist eigentlich unüblich, Lucien Favre stand aus dem Bus vorne aus, kam nach hinten und das passiert eigentlich nicht allzu oft, weil der Trainer sitzt meistens vorne und kam dann nach hinten, wollte dann auf einmal mit mir reden und dann hat er mir gesagt, dass er gerade mit dem Bundestrainer telefoniert hatte und dass ich bei den Spielen dabei bin. Das war natürlich ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Trotzdem war dann die Karriere, zumindest in der Nationalmannschaft, ziemlich erprobt zu Ende. Die große Verletzung, die schlimme Verletzung, der Kreuzbandriss, was ging da in deinem Kopf vor? Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Im Fußball ist es einfach so, dass es sehr schnelllebig ist. Das kann von heute auf morgen komplett umschlagen. Und das war bei mir dann der Fall. Die nächste Länderspielpause kam. Ich war nicht nominiert in der Länderspielpause, wir hatten ein Freundschaftsspiel in der Schweiz. Ganz normaler Zweikampf. Der Gegner war ein bisschen ungestimmt vielleicht, aber es ist mich reingerauscht. Ich habe es direkt gemerkt, dass irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Wollte dann noch weiterspielen, habe es versucht, aber irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Wenn man dann so ein Knie hatte, dann ahnt man schon, dass irgendwas irgendwie ein bisschen anders ist. Hast du dann während der Verletzungspause irgendwann sogar mal ans Karriereende gedacht? Daran gedacht ist das Falsche, aber irgendwie damit beschäftigt. Weil ich sage mal, das hintere Kreuzband ist sehr kompliziert. Vordere Kreuzband wird, glaube ich, gefühlt tausendmal bei Fußballern operiert im Jahr. Und das hintere Kreuzband, gerade isoliert, gibt es im Fußball einfach nicht so oft, muss man dazu sagen. Es wird auch mal konservativ behandelt, wie es bei mir der Fall war oder es wird auch operiert. Aber irgendwie konnte keiner sagen, so wird es gemacht, das ist der richtige Weg, dann kannst du wieder Fußball spielen oder es kann auch in dem Moment auch schlechter werden durch die OP. Und dann sitzt man natürlich erst mal da und weiß gar nicht, was man machen soll, wenn man auch einfach nicht das Fachwissen hat, wie es wird dann halt. Also dann spielst du jetzt, wenn ich richtig informiert bin, ohne Kreuzband. Ist das korrekt? Ja, ist korrekt, ja. Ohne hinteres Kreuzband, ja. Genau. Wie hat sich da dein Spielstil verändert? Klar, also wenn man lange raus ist, dann muss man natürlich erst mal wieder reinkommen. Das war natürlich bei mir auch der Fall. Also dann wieder Sicherheit holen. Wie ist es eigentlich, wieder auf dem Platz zu stehen? Weil 11 gegen 11 ist einfach was komplett anderes. Das kann man im Training nicht so simulieren in den Spielformen einfach. Und da muss man natürlich wieder reinkommen, ein bisschen Sicherheit holen. Und ja, so läuft das. Aber wie gesagt, jetzt großartig verändert habe ich mich, glaube ich, jetzt so nicht. Also wie gesagt, gerade am Anfang ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber der Rest kommt einfach durch die Spielpraxis dann. Jetzt bist du einfach flink unterwegs, gehst auf den 1 gegen 1 Duellen. Und es gibt ja viele Gerüchte in den Medien. Wo wechselt Patrick Herrmann hin? 2014 gab es mal ein Gerücht, Manchester United sei an dir interessiert. Jetzt ein paar Jahre später kannst du hoffentlich mal ein bisschen frei darüber quatschen. Was war damals wirklich dran? Ja, es ist ja, also gerade zu der Hochzeit, die wir da hatten, also nicht nur bei mir, sondern auch von der ganzen Mannschaft ist es einfach gut gelaufen. Viele Tore gemacht, viele vorbereitet. Und dann war es einfach Fakt, dass einfach auch ausländische Klubs, jetzt keinen Namen nennen, aber auch aufmerksam werden zu der Zeit. Auch Deutsche natürlich. Wenn man dann nur noch wenig Vertrag hat, gerade Länderspiele macht oder wahrscheinlich machen wir, dann werden halt viele, ich sage mal in Anführungsstrichen, große Clubs aufmerksam. Das war zu der Zeit auch so. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, hier zu bleiben und den Weg weiter zu gehen. Mal ganz allgemein gefragt. Jede Woche steht irgendwas Neues in der Zeitung. Das stimmt. Ja, die Frage dahinter ist, was denkst du darüber? Es ist schon oft der Fall gewesen, dass irgendwas in der Zeitung gestanden hatte. Also man sollte in der Zeitung erstmal nicht unbedingt immer alles glauben. Natürlich stimmt auch mal irgendwas, aber es war auch oft der Fall, dass irgendwas in der Zeitung entstande und ich am Morgen dann von meinem Bruder oder von irgendeinem Freund dann eine SMS bekommen hatte und die gefragt haben, ist da was dran oder stimmt das? Wovon ich aber selber noch nichts wusste in dem Moment. Also das war für mich dann auch erstmal neu, das in der Zeitung zu lesen. So, ich will jetzt hier überhaupt nicht in die Gerüchteküche hier einsteigen, aber es ist natürlich ein Fakt, dass dein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, wie weit bist du bei der Entscheidungsfindung, wie es weitergehen soll? Noch gar nicht weit, wenn ich ehrlich bin. Klar, also ich habe die Woche auch schon gesagt, dass Borussia, wenn man elf Jahre hier ist, einfach der erste Ansprechpartner ist, weil man einfach an dem Klub einfach hängt nach elf Jahren. Und dann wird man sich in naher Zukunft auf jeden Fall mal zusammensetzen und darüber reden, wie es weitergehen kann, ob es weitergehen kann. Und ja, darauf wird dann aufgebaut, wie gesagt, ob es dann halt in eine andere Richtung geht oder hier weitergeht. Dann lass uns doch mal ein kurzes Fazit ziehen. Du hattest viele Höhen, du hattest viele Tiefen jetzt in deiner Karriere. Was überwiegt mehr? Die Höhen. Also die bleiben natürlich für immer im Kopf. Wie gesagt, ob es jetzt Champions-League-Spiele waren, Barcelona hatten wir zu Gast hier oder Europa-League-Abende in Florenz, wo wir noch ein Riesenspiel gedreht haben, gegen Bayern München, als ich zwei Tore machen durfte. Das wird man sein Leben lang nicht vergessen. Das sind so Erlebnisse, die prägen einen. Und ich glaube, selbst wenn ich an meinem 100. Geburtstag, also ich will unbedingt 100 werden, daran noch zurückdenke, dann bekomme ich, glaube ich, immer noch Gänsehaut. Und das überwiegt definitiv. Ein Fohlen im Herzen oder ein Adler auf der Brust? Ein Fohlen im Herzen, ganz klar. Nicht reingeboren, aber jetzt mit der Zeit, wo man hier aufgewachsen ist, ist das einfach so. Dann im Fußballinternat leben oder dann doch zu Hause bei den Eltern? Schwierig. Hat beides seine Vorzüge, aber ich fand es im Internat eigentlich schon sehr angenehm. Also gerade mit den Gleichaltrigen dann immer Spaß zu haben. Also da lässt sich schon gut leben her. Jetzt kommt eine etwas, ich würde sagen, fiese Frage. Und zwar ein kühles Bier auf der Tribüne oder kaltes Wasser auf der Bank? Oh, die ist echt schwierig. Dann will ich doch das Wasser erstmal bevorzugen, aber nach der Karriere dann das Bier auf jeden Fall. Ja gut, und du hast natürlich noch die Chance, dann auf den Platz zu kommen, wenn du auf der Bank sitzt. Das ist das, genau. Auf der Tribüne dann nicht mehr. Da wird es dann eher schwierig. Genau, deswegen ja. Erstmal die Bank. Dann Katze oder Hund? Hund eindeutig. Ich habe auch einen, ja, einen Paggel, Beagle-Mombs-Mischling. Eindeutig Hundefan, ja. Der heißt Rooney, oder? Genau, ja. Wieso Rooney? Aber der hatte den Namen schon länger und mittlerweile nennen wir ihn selber auch immer oder des Öfteren mal Rudi, weil mein Opa hieß Rudolf, der ist vor ein paar Jahren verstorben und er hört auf beide Namen, kann man mittlerweile sagen. Also das hört sich auch gleich an. Und die alles entscheidende letzte Frage, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Oft genug gefragt geworden, auch ganz schwierig. Eher Lionel Messi irgendwie vom Gefühl, aber auch nur heraus. Nicht, weil er irgendwie ein besserer Fußballer in meinen Augen ist, einfach nur vom Gefühl. Auf jeden Fall danke. Man merkt dir wirklich an, die Liebe zum Fußball steht bei dir im Mittelpunkt. Sollte, glaube ich, bei jedem so sein. Ja, und hoffentlich wirst du noch lange Zeit auch hier auf den Plätzen in der Bundesliga vertreten sein. Ich hoffe es, ja. Super. Danke dir. Vielen Dank. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie der Tagesablauf eines Profis aussieht, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Die liebe Jodie war nämlich da mit Follow-me-Reports. War hier im Borussia-Park, hat Patrick Herrmann getroffen und hat ihn die eine oder andere Frage gestellt. Schaut euch das gerne an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao. Wow.